Hättest du mich angefasst, Vogel? Okay, das sind zwei davon. Ich fühle mich jetzt nicht mehr gut. Das sind zwei davon. Da war einer ganz da bei mir. Ich will nach Hause. Ich hab Angst. Was wollt ihr von mir, die Vögel? Was ist das? Ich bin nicht euer Essen. Oh, du machst aber schöne Geräusche. Hallo da oben. Du tust mir nichts, ne? Du tust mir nichts, ne? Du tust mir nichts, ne? Ich höre den zweiten. Juhu, wo bist du? Bist du jetzt schon im Baum? Komm, zeig dich. Du hast keine Angst haben von mir. Dass sie mir nichts getan hat, das war noch alles, ey. Ich dachte, er wollte mich schon kriegen. Aber ich hab, glaub ich, ein bisschen... Das geht jetzt gerade nicht. Ja, wenn die jetzt runterkommen sollten nach mir, was dann? Nee, gut, der ist weg. Aber hier ist doch ein Exemplar. Juhu, da oben. Brav, komm doch rüber. Wenn ich jetzt einen Handschuh gehabt hätte, würde ich den auf meinen Arm sitzen lassen. Was ist das für ein Exemplar, ey? Was ist das für ein Exemplar, ey? Das ist so nah vor meiner Nase. Bei der zweiten habe ich jetzt vergaigt, aber ich hab nur ein Eingut drauf gekriegt. Der zweite ist leider weggeflogen. Schade. Es wird hier rival. Es sind schöne Geräusche gebracht. Gut. Gut. Die weg? Ja. Gut. Dann! Untertitelung des ZDF, 2020